Hohe Spendenbereitschaft für die Menschen in der Ukraine. In der Geschäftsstelle der Linkspartei in der Senftenberger Schlossstraße türmten sich schon kurz nach dem Aufruf die Sachspenden. Bereits am Dienstag gingen sie auf den Weg in die Ukraine. Auch der Künstler Alexander Knappe war bei einem in Cottbus organisierten Hilfstransport dabei. An diesem Samstag startet ein von der in Klein-Koschen lebenden Ukrainerin Maria Lyschnia gemeinsam mit dem Theater organisierter Hilfstransport Richtung Ukraine. Sachspenden werden weiter entgegengenommen, sowohl bei der Linkspartei als auch im katholischen Pfarramt in der Karlauer Straße in Senftenberg. In Lauchhammer können Sachspenden im Mehrgenerationenhaus abgegeben werden. Geldspenden sind unter anderem über den Landkreis OSL möglich.